Ich denke, dass die, was eine Frau trägt, die Kleider von einer Frau, definiert die Persönlichkeit. Und was ich mache, ist erzähle Gesichter. Und wenn ich eine Frau kleide und diese Kleider nur schon mache, die Persönlichkeit ist starker, dann habe ich, was ich brauche. Ein Element, etwas zum Erklären zum Publikum. Und die Modellinie von Schumacher hat mir sehr geholfen, zum Transportieren solche Charaktere. Untertitelung des ZDF, 2020